Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei PALL TV. Geben Sie es zu, Sie haben genau auf diesen Moment gewartet auf unsere 5 Euro Überraschungsshow. Die Show, in der alle Produkte knallhart runter reduziert worden sind. Auch 5 Euro nur für Sie. Sie dürfen bis zu 5 mal zuschlagen, es sei denn, es gibt einen Palar-Alarm an einer Stelle. Und dann sagen wir Ihnen was anderes, weil es sich da um ein besonderes Produkt handelt. Aber ich würde sagen, das Bazzern überlasse ich dir, Ingo. Ja, wir wissen nicht, was kommt. Die Einzige, die weiß, was kommt, ist unsere Diana. Und die rufen wir jetzt mal. Dankeschön. Immer sehr, sehr überraschend, was hier kommt. Dankeschön. Das sieht im ersten Moment aus wie ein Tennisschläger, ist aber wahrscheinlich nicht zum Spielen gedacht, oder? Nee, es ist eine elektrische Fliegenklatsche mit klappbarem Griff. Ach ja. Und das passt jetzt zu unserer Sendung nämlich von vorne. Und jetzt naht natürlich der Sommer. Und da ist so ein Insektenschutz oder für Fliegen gerade natürlich ein Teil angesagt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich abends schlafen möchte und dann irgendwie höre ich Summen in meinem Schlafzimmer. Das stimmt. Das ist echt belastend, dann kann man nicht schlafen. Aber hiermit gehe ich dann mal auf die Suche. Ja, vor allem das ist absolut chemiefrei. Das ist nämlich elektrisch geladen, ist aber nicht gefährlich. Brauchen Sie keine Angst zu haben, können Sie ruhig anfassen. Habe ich mich gerade gefragt, ja, kann ich anfassen? Fass mal an. Und wenn Fliegen oder Mücken oder irgendwas da durchgeht, dann werden die elektrisiert und man isst sie los. Und das ist absolut chemiefrei. Niemand will abends in seinem Schlafzimmer nochmal mit so einem Spray durch die Gegend rennen. Oder sich irgendwie diese E-Küche riechen. Sitze auf dem Balkon, möchtest gemütlich deinen Kaffee trinken und dein Stückchen Kuchen essen oder suchen sie um dich herum. Das ist doch schrecklich, ne? Absolut, ja. Ja, und auch toll ist natürlich, dass ich das zusammenklappen kann. Also ich habe eine ordentliche Fläche, mit der ich auch eine hohe Trefferquote habe. Aber ich kann es auch ganz einfach klein machen und flach zusammenklappen. Das finde ich auch sehr, sehr praktisch für 5 Euro. Wie spielt ihr Tennis? Das sieht so ein bisschen aus wie ein Tennisschläger, ne? Sieht ein bisschen aus wie ein Tennisschläger, ne? Ja, stimmt. Meine Mama zum Beispiel ist allergisch gegen Westen. Die braucht sogar immer so eine Notfallspritze. Und da ist es natürlich ganz toll auch für Allergiker geeignet, dass man sich so ein bisschen absichern kann, dass man so den Schläger neben sich hat, ne? Jetzt nicht nur für Fliegen, sondern es gibt natürlich auch viele, die auf Westenstiche allergisch reagieren. Das haben wir ja in der Familie ganz extrem bei uns. Und da ist das natürlich super und gibt einem natürlich ein enormes Sicherheitsgefühl, ne? Absolut. Also unglaublich elegante, saubere Lösung hier, um diese Plagegeister loszuwerden. Und das Ganze, Sie sitzen in der 5-Euro-Show, Sie haben es erraten, nur 5 Euro. Das ist kein Preisalarm, das dürfen Sie bis zu 5 Mal bestellen. Also ich würde eins an den Äste stellen, eins nach draußen. Wir schauen mal auf perl.de, was Sie normalerweise zahlen. Da kostet es als Schnäppchen 12 Euro. Wir haben noch mal mehr als die Hälfte davon runtergenommen. Und das kriegen Sie jetzt für 5 Euro, weil Sie in der 5-Euro-Show sitzen. Ja, richtig. Und wir schaffen auch bestimmt noch auf die schnellen Kundenbeitrag. Und zwar schreibt der Benedikt B. sogar zum Mitnehmen in den Urlaub, sehr geeignet, wegen des Klappsystems, ist der Artikel sehr gut zu verstaunen. Da hast du natürlich recht, mein Lieber. Sie bestellen mit der NX 5319 und der 569 am Ende. Ja, unglaublich tolles Produkt. Ist auch sehr beliebt. Wir haben ja auch ein Saisonprodukt jetzt gerade, wo man wieder rausgehen kann. Mal wieder draußen frühstücken, abends grühen. Oh ja, herrlich. Ist doch herrlich, jetzt mal wieder draußen zu gehen. Und das für 5 Euro finde ich absolut gerechtfertigt. Ja, es lohnt sich immer, ne? Uneingeschränkt. Kann man echt immer sagen, hier lohnt es sich immer, bei jedem Produkt zuzuschlagen. Denn das sind schon wirklich tolle, tolle Schnäppchen, die wir da haben. Ich meine, wir hatten das mal in einer 10-Euro-Show. Bei einer 5-Euro-Show habe ich es noch nicht gesehen. Toll, tolles Produkt. Wahnsinn. Hier kommt Diana mit dem nächsten Produkt. Dankeschön. Das ist erstaunlich leicht für so einen großen Karton. Jetzt sind wir natürlich gespannt. Und das sind natürlich immer meine Lieblingsartikel. Denn es geht hier um Dekoration. Und wer liebt denn es nicht schön und gemütlich und dekorativ? Und so sehen wir, das sind ganz tolle Solarleuchten für den Garten, für die Terrasse, für den Balkon. Dann schauen Sie mal in dieser Edelstahl-Optik. Vielleicht ist es sogar Edelstahl. Die Monika hat den Zettel in der Hand. Aber es schaut auf jeden Fall so aus. Und es ist unglaublich schön und gemütlich. Also passt überall hin. Jetzt sehen wir es nochmal im Einspieler. Ganz, ganz toll und modern. Passt auch zu jeder Einrichtung. Ja. So jetzt nochmal in Leuchtturm. Richtig. Tagsüber wird das über die Sonne aufgeladen. Und ja, dann hat man den Dämmerungssensor. Und der geht dann automatisch an. Finde ich. Da brauchen Sie sich gar nicht drum kümmern. Also einfach anbringen. Ja, ohne Kabel. Gehören denn, wie viel sind für 5 Euro? Eine oder? Eine. Eine, ne? Also da würde ich direkt zwei bestellen an Ihrer Stelle. Weil es sieht einfach unglaublich hübsch aus, wenn Sie die wirklich mit so einem gesunden Abstand aufhängen. Unsere leuchten jetzt gerade der Ingo und ich, dem ist schon ein Lichtlein aufgegangen. Ja, bis zu 6 Stunden. Hier ist ein Lichtlein aufgegangen. Genau. Das ist unglaublich wichtig halt an Stellen, wo normalerweise kein Licht ist. Wir haben da so einen Kellerabgang. Da ist kein Licht. Und das ist unglaublich aufwendig, da ein Kabel hinzulegen mit Strom. Die kann man einfach anschrauben an die Wand. Sieht super elegant aus und Sie brauchen kein Kabel zu legen. Nochmal, kein Kabel. Und hier mit dieser Edelstahloptik sieht das sehr elegant und stilvoll aus. Und dieser Laternenstil ist auch sehr modern zurzeit. Also ich finde, damit machen wir alles richtig. Und bis zu 6 Stunden Leuchtdauer. Bis zu 6 Stunden Leuchtdauer. Das ist doch den ganzen Abend. Das ist doch super. Dafür, dass ich mich nicht drum kümmern muss und keinen Kabelsalat habe und es sich ganz von selber per Solar auflädt. Ja, vor allem diese Lampen, wenn die ein bisschen schicker sind, kosten normalerweise viel, viel mehr Geld. Also du kriegst diese einfachen, kriegst du auch mal so im Geschäft für 5 Euro. Aber hier, das ist eine richtig schicke. Ja, total. Also ich finde die unglaublich edel vom Design. Man kann gar nicht glauben, dass wir das hier anbieten für 5 Euro. Das ist immer wieder so überraschend, was wir für Produkte hier wirklich aufbringen und sagen, die kosten nur 5 Euro. Also wenn das kein Schnapper ist, dann weiß ich auch nicht. Machen Sie es sich doch einfach mal schön gemütlich. Ein schönes Gläschen Wein dabei oder ein Tee, was Sie auch immer gerne mögen. Eine unglaublich schöne Außenbeleuchtung und passt wirklich überall tatsächlich hin. Absolut. Das sagt auch der Rolf aus Berlin. Schöne kleine, leichte Lampe für dunkle Ecken ohne Stromanschluss. Du, ich finde es auch super schön, wenn du rechts und links von einer Eingangstür die anbringst. Es ist so ein gleiches, so ein Willkommensgefühl dann, wenn ich so ein schönes Lichtlein habe. Und gerade wenn es darum geht, auch das Schlüsselloch zu finden mit dem Schlüssel abends, dann ist das hier natürlich eine willkommene Hilfe. Ich finde das auch vom Lichtpensum her genau richtig. Es ist, wie du gerade sagt, es ist schön gemütlich, auch nicht zu knallehell. Also macht sich hier, glaube ich, sehr, sehr schön auch. Ich sage Ihnen auch noch die Bestellnummer. Das ist die PE 6939 und die 569. Also ich würde auf jeden Fall öfter zuschlagen. Vielleicht zwei oder drei. Mindestens zwei, ja. Ja, Kellerabgänge zum Beispiel auch. Kellerabgang an der Haustür. Am Gartenhäuschen. Am Gartenhäuschen, genau. Am Balkon, am Carport. Am Balkon und Carport, genau. Garagen haben ja auch oft so kein Licht. Also in der Garage dann schon, aber bis zur Garage hin ist oft kein Licht. Also für sowas ist es natürlich ideal. Und das Ganze für fünf Euro. Können Sie bis zu fünfmal bestellen. Tolles Produkt hier. Wir rufen Diana mit dem nächsten Produkt. Wenn Ihnen eine Bestellnummer entgangen ist, können Sie die jederzeit unter pearl.tv nochmal nachschauen. Da haben wir alle Produkte der letzten zwei Stunden und gerade jetzt die fünf Euro Produkte sind immer sehr beliebt. Oh, das kenne ich nicht. Ah. Kennst du die? Ja, ich glaube das ist eine Bewässerungs... Aha. Das ist eine automatische Bewässerung. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es... Ja. Also da kannst du dann ein Topfpflanzenbewässerungssystem mit Tonspitze und Schlauch... Wir schauen das mal hier im Zuspieler an. Da können Sie sehen, wie das funktioniert. Die tun Sie einfach in Wasser rein. Und dann werden Ihre Pflanzen, zum Beispiel wenn Sie mal in den Urlaub fahren, optimal mit Wasser versorgt. Und das ist das Tolle hier, dass Sie sich eben nicht darum kümmern müssen, dass da jemand die Blumen gießt und das vielleicht vergisst. Sie können sicher sein, dass hier immer genau das richtige Wasser gemacht wird. Einfach diese Schläuche, wenn ich das richtig sehe, die Schläuche müssen in ein Glas Wasser. Und dann zieht sich dieser Behälter immer genau die richtige Menge Wasser aus diesem Behälter raus. Das hier unten schaut mir aus nach Kreide. Ist aber Ton. Ton, ne? Da sieht aus wie Kreide. Ist Ton und das wird dann passend auch dosiert, sodass die Pflanzen auch nicht überwässert werden. Also man steckt es in die Pflanze rein, wie man das hier ganz gut erkennen kann. Füllt auf und dann dosiert sich das quasi so von alleine und sondert dann das Wasser passend ab. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Denn ich habe immer das Problem und überlege, naja, wen kann ich denn jetzt fragen, der meine Blümchen zu Hause gießt. Und somit sind die natürlich optimal versorgt. Ich finde es vor allem deswegen gut, weil ich habe mir ein anderes Art Bewässerungsding für mein... Ja, genau. Also ich muss da aber immer Wasser reinführen. Und wenn das Ding leer ist, ist es leer. Also das dosiert auch so. Aber das ist natürlich hier optimal, dass ich einfach einen richtig großen, dem Urlaubsumfang entsprechend großen Eimer da hinlegen kann. Und dann wird es daraus bewässert. Also das finde ich super, weil dann geht es ja niemals leer. Ja, also ich habe ja den nicht grünen Daumen. Was ist das Gegenteil von grün? Ich glaube rot. Du hast den braunen Daumen. Alle Pflanzen werden bei dir braun. Bei mir werden alle grünen Pflanzen braun. Den habe ich auch. Und sowas kann ich die dann endlich vernünftig... Weil ich mache immer zu viel oder zu wenig Wasser. Ich kenne das so gut. Das ist ein Fünfer. Also du kriegst fünf von diesen Ton-Dingern dabei. Und das ist natürlich super. Das reicht dann für fünf Pflanzen. Können Sie aber, wenn Sie mehr Pflanzen haben, auch gerne mehrfach bestellen. Unser Topfpflanzenbewässerungssystem hat die Bestellnummer NX 7348 und die 569. Hier sehen wir es mal. Das sieht ja auch schick aus. Total. Wenn man immer schöne grüne Blumen und Topfpflanzen hat. Also ich liebe echt Pflanzen, aber ich habe auch keinen grünen Daumen. Deswegen ist sowas immer für mich super wichtig. Also ich würde das tatsächlich im Alltag benutzen. Nicht nur, wenn ich in Urlaub fahre. Aber für den Urlaub natürlich auch super zu gebrauchen. Wir rufen Diana. Wow. Das war der Preisalarm. Du wusstest es irgendwo. Gibt es zu. Ich habe die Lampe schon gesehen. Und was bedeutet der Preisalarm? Der Preisalarm, gut, dass du es sagst. Das bedeutet, dass Sie hier ein Produkt haben, was deutlich runter reduziert worden ist. Und deswegen dürfen Sie da nur einmal zuschlagen. Aber es ist was ganz Besonderes. Und das sehen wir jetzt hier schon. Es ist nämlich ein elektronisches USB-Feuerzeug. Wahnsinn. Und das kommt ja schon mal sehr schick daher. Mit diesem Goldton funktioniert natürlich super. Egal, ob es windig ist oder nicht windig. Das ist hier kein Problem. Bei jedem Wetter bekommen Sie die Flamme hier garantiert hin. Und das ist auch die schöne Alternative, finde ich. Eine Kerze beispielsweise beim Dinner anzuzünden. Oder unterwegs vielleicht auch mal Feuer zu verwenden. Das ist richtig stilvoll, finde ich. Es ist stilvoll und hat vor allem keine Verbrauchsmaterialien. Du brauchst ja kein Gas oder Benzin einzufüllen. Du hängst es einfach am USB-Ladegerät und schon wird es wieder geladen. Es ist... Entschuldigung. Dann wird es wieder geladen. Und es sieht natürlich viel schicker aus als diese Einweg-Feuerzeuge. Ja, ich finde, es erinnert mich so ein bisschen an so einen Goldbarren. So einen kleinen Goldbarren. Also es ist unglaublich edel, ob man das jetzt auch gerade, wenn man es weihnachtlich vielleicht mal eingedeckt hat oder zu Festlichkeiten. Der Tisch ist schön, Sie zünden eine Kerze an, machen es sich schnückelig, gemütlich. Und dann liegt so ein edles Feuerzeug daneben. Und das ist natürlich ganz praktisch, weil auch draußen, das haben wir ja schon festgestellt, man hört das, wenn man jetzt hier das Knöpfchen drückt, dann zischt das hier schon. So wie so kleine Blitze kommt es hier raus. Und das heißt, egal ob es stürmisch ist oder der Wind von der Seite kommt, Sie bekommen die Kerze mit Sicherheit an. Definitiv. Ja, gerade man verbrennt sich auch nicht so leicht, weil halt keine Flamme nach oben geht. Wir schauen mal auf Pöl.de, was Sie heute bei unserem Preisalarm sparen. Das ist schon ein Preishit hier bei uns mit 11 Euro. Preishit bedeutet sehr oft bestellt und sehr gut bewertet von Ihnen. Und das ist einfach ein tolles, tolles Feuerzeug. Und in Gold haben wir das ganz, ganz selten mal. Und ich glaube auch, wenn dann in einer 10-Euro-Schule, einer 5-Euro-Schule, mag ich es auch noch nicht gesehen zu haben. Unglaublich tolles Feuerzeug. Aber leider dürfen Sie es nur einmal bestellen, weil das unser Preisalarm ist. Da haben wir nur ein ganz kleines Kontingent. Deswegen bitte nur einmal pro Besteller bestellen. Und es erinnert mich, ich möchte jetzt keinen Hersteller nennen, aber Sie kennen wahrscheinlich so Feuerzeuge, die den eh nennen. Der ist ganz bekannt, der Hersteller, und sehr, sehr teuer. Sehr, sehr, sehr teuer. Und da habe ich mal was Schönes zum Geburtstag bekommen. Da war dann eine Gravur drauf. Und das kann ich Ihnen nur sagen, wenn man das jetzt für 5 Euro mal hier betrachtet, und Sie wissen genau, was ich meine zu Hause, dann ist das ein unglaublicher Schnapper und die bessere Alternative. Sie können es auch selber gravieren lassen, ne? Ja, gravierbar. Und ich finde es auch wunderschön, wie es nach Hause zu Ihnen kommt, weil es in einer schicken, schicken schwarzen Geschenkbox zu Ihnen rauskommt. Also als Geschenk tatsächlich ideal. Aber ich finde, man sollte sich selbst auch ab und an mal beschenken. Und das alte, lummelige Plastikfeuerzeug einfach mal ersetzen durch eins, wovon Sie lange was haben und wo Sie sich auch noch freuen, wenn Sie es mal rauspacken und damit schöne Kerzen anzünden. Ich glaube, wir haben hier 100 Zündungen pro Aufladung. Das ist also wirklich sehr, sehr effektiv und hält auch sehr lange ganz, ganz tolles Feuerzeug. Absolut. Ja, und es ist natürlich leicht auch gemacht hier mit dem Aufladen, dass ich das ganz einfach per USB überall aufladen kann, wo ich einen Netzstecker habe. Zum Beispiel am Notebook dann auch ganz einfach. Das ist alles gar kein Problem. Hier, Marco Z-Punkt aus Bamberg hat uns einen Kundenbeitrag hinterlassen. Ich bin von dem Feuerzeug sehr begeistert, da es bei starkem Wind und bei mäßigem Regen gut funktioniert, wo normale Feuerzeuge einfach sinnlos sind. Also auch bei mäßigem Regen funktioniert dieses Feuerzeug. Die Bestellnummer ist die NX 87, 78 und die 569. Das ist ja auch ein absolutes Lieblingsprodukt von mir. Ach, eine Lampe, ne? Ja, und die ist super praktisch. Das ist ja toll. Das ist aber super, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Schwanenhals-Klemmlampe mit 3 Watt LED- und Akku-USB-Ladefunktion. Das Ganze zum Klemmen, das ist ja, finde ich, ein super Highlight. Jetzt sieht man das hier noch mal wunderbar. Das Buch daneben, also die optimale Abendleuchte auch. Also für 5 Euro natürlich ein Wahnsinn, ne? Ja, ich finde die super praktisch, vor allem mit diesem Schwanenhals. Man kann damit lesen, man kann sich zum Beispiel auch Pediküre, Maniküre, bei uns Frauen ja auch ganz wichtig, oder auch sich schminken. Also ich finde, mit diesen 3 Helligkeitsstufen, das ist absolut der Wahnsinn. Und das für 5 Euro. Und wir haben es ja gerade eben an dem Tisch angeklemmt gesehen. Aber ich finde es auch super gut, wenn Sie eine Bettlehne haben und das Licht beim Lesen abends im Bett von oben haben möchten, dann klemmen Sie es einfach an Ihre Bettkante, Ihre Bettlehne und haben da dann das Licht im perfekten Winkel dann abends. Ja, und das Ganze kann man in 3 Stufen einstellen. Es ist dämmbar und das ist natürlich unglaublich prima, denn wir mögen es vielleicht manchmal, jetzt finde ich es gerade tatsächlich für mich schon etwas zu hell. Und das Ganze per Touch Cream möglich. Und Sie sehen, in 3 Stufen. Also einfach mit dem Finger und dann haben wir hier 3 Stufen zu optimieren. Also wirklich ganz klasse. Vor allen Dingen auch mit diesem Schwanenhals hier können wir das Ganze so positionieren, wie es uns angenehm ist. Und das ist natürlich bei herkömmlichen Lampen nicht unbedingt alltäglich. Nebenbei gesagt, ist sie sehr leicht und filigrat. Ja, und solche Lampen sind flexibel auch im Haushalt immer wieder von A nach B bringbar. Weil meine Lampen, also wenn ich mir so eine richtige stabile Lampe gekauft habe, dann mache ich nicht den Stecker raus und tue sie dann vom einen Fleck zum nächsten. Hier geht das. Das ist genau so eine Lampe, die genau für solche Fälle super funktioniert, immer dahin zu platzieren, wo Sie gerade in diesem Moment das Licht brauchen. Ja, wir haben auch einen Kundenbeitrag. Die Martina M., die schreibt nämlich eine wunderbare Leselampe für unterwegs. Auch im Bulli gut einsetzbar. Ja, wenn du im Bulli gerne liest, Martina, dann warum denn eigentlich nicht? Man bestellt das Ganze mit der NC 5830 und der 569 am Ende. Und wir sagen und betonen hier noch mal 5 Euro. Das ist natürlich wirklich ein Highlight. 5 Euro ist auch ein tolles, tolles Geschenk. Da freut sich jeder drüber. Ja. Die können es einfach am Bett anbringen und dann genau auf ihr Buch richten. Oder am Schreibtisch, wenn die Tastatur beleuchtet werden muss. Oder zum Nähen, weil die so tolles Licht hat zum Arbeiten und zum Lesen. Ja, ja, ganz toll. Ich streichle schon den Buzzer und buzzere jetzt noch mal Diana rein. Ich habe nie genug von der 5 Euro Show, muss ich echt sagen. Nie überraschend. Schauen wir mal, was wir hier auspassen, Cindy. Wir lüxeln schon mal rein, Ingo. Ah, sehr, sehr, sehr nützlich. Wir sehen aus wie so ein 12,5 Zigarettenanzünder zum Integrieren fürs Auto. Genau, genau. Ein Zweifach-USB-Netzteil für ihr Auto. Ja. Das kennen wir alle, dass man im Auto unterwegs ist und zwei Leute wollen gleichzeitig ihr Händis laden. Mit LED-Display sogar. Oh, was zeigt denn das LED-Display? Stimmt, da ist ein LED-Display noch dran. Die Batteriespannung und den Ladestrom hat man immer im Blick mit dem LED-Display. Direkt auch zwei Anschlüsse integriert. Also vielleicht einmal das Handy und dann vielleicht die Powerbank, die man jetzt noch dabei hat. Oder das Navi. Das Navi etc. pp. Mit Anzeige ganz leicht. Also das ist natürlich auch super. Und man kann es natürlich immer gebrauchen. Das ist so ein alltäglicher Begleiter, der einfach, ja. Powerbank aufladen, das ist natürlich eine super Idee. Ja, ist doch so. Ja, dann hast du die Powerbank immer griffbereit im Auto und hast du die im Auto dann auch immer schon aufgeladen. Ja, zum Beispiel. Und es überwacht die Autobatterie. Blinkt bei Spannungsabfall unter 10,5 Volt. Ach, das auch noch. Das ist ja auch super. Klein, aber hoho, sag ich da nur. Also ein Highlight wäre ja schon für mich gewesen, wenn wir hier zwei USB-Steckplätze plötzlich im Auto hätten. Aber das auch noch. Wahnsinn. Ja, vor allem so ein einzelner USB-Stecker fürs Auto kostet ja noch, da habe ich neulich gesehen, in einer Tankstelle, da wollten wir 15 Euro für haben. Ja, an der Tankstelle würde ich das auch nicht empfehlen zu kaufen, sondern lieber hier bei uns. Man ist ja dann meistens irgendwie, oh, ich muss mein Handy laden. Ja, das stimmt. Und dann ist das auch super praktisch, wenn man den hier hat. Der ist auch sehr, sehr klein. Ich finde das sehr praktisch hier. Ja, das verschwindet ja einfach im Armaturenbrett dann, wo der Zigarettenanzünder ist. Das fügt sich hier perfekt ein. Das können Sie jederzeit einfach auch drin lassen. Also ich hatte auch so einen USB-Steckplatz. Leider nur einen einzigen, aber der ist auch immer drin geblieben. Der ist immer drin, ne? Ja. Ja. Wenn Sie das erst mal hier zuschauen bei der 5 Euro Show, jedes Produkt kostet nur 5 Euro. Und dieses Gerät hier, ein doppelt USB-Stecker mit Ladestandsanzeiger, kostet auch nur 5 Euro. Super Produkt. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer, das ist die PX8859 und die 569. Also das lohnt sich hier in jedem Fall. Also wenn Sie da noch keinen USB-Steckplatz bei sich im Auto haben, dann jetzt zuschlagen. Jetzt sind die 5 Euro für Sie nur fällig in der 5 Euro Show. Also das ist einfach genial. Da muss man immer zuschlagen. Darf man nicht warten, bis die nächste Gelegenheit kommt? Nein, ich würde auch direkt mehrere bestellen. Denn man hat ja meistens, der Mann hat ein Auto, die Frau hat ein Auto. Das ist ja heutzutage eben so, dass man direkt wirklich eines immer im jeweiligen Auto auch hinterlässt. Somit braucht man sich nicht ärgern, weil das eine ist in dem Polo und der Mercedes hat jetzt wieder Kind. Und da ist das natürlich ganz, ganz prima, wenn Sie einfach direkt mehrere nehmen und jedes Auto ausstatten. So sind Sie immer bestens versorgt. Auch im Urlaub, wenn man einen Leihwagen hat. Die haben ja manchmal keinen USB-Stecker. Gerade im Urlaub ist es wichtig, dass man Strom auf seinem Handy hat, um die Richtung GPS und alles. Wieder was Neues für mich. Ich entdecke heute nur neue Sachen hier. Und die habe ich schon mal gesehen. Das ist was ganz Schönes. Das ist ein Dreier-Set, faltbare Mini-Camping-Leuchten. Drei Stück kriegen Sie davon. Das ist natürlich klasse. Die kann man sogar auch dimmen, wenn man die ein bisschen weiter nach unten wieder schiebt. Dann hat man ein bisschen weniger Licht. Und wenn man sie ganz aufzieht, dann ist es super hell. Wie eine Zieharmonika. Damit hat man immer Licht zur Hand, egal ob beim Wandern, Camping oder als Notlicht zu Hause. Das ist ja richtig klasse. Die nimmt ja überhaupt keinen Platz weg, wenn die zusammengefaltet ist. Überhaupt gar nicht. Und dann hat man immer Licht dabei. Das ist ein Dreier-Set. Das ist ja Wahnsinn. Dreier-Set. Ja, ein Dreier-Set. Die sind auch wind- und wasserfest. Ich glaube, die sind spritzwassergeschützt. Man merkt das durch die ganze Gestaltung, durch die Oberfläche. Ganz, ganz praktisch. Weil durch diese Zusammenfaltfunktion, wir schauen jetzt nochmal, optimal auch vielleicht für die Handtasche, den Rucksack oder für Tremper. Und dann haben wir hier wie so eine kleine Zieharmonika, können wir das Ganze auseinanderziehen. Ist wirklich eine tolle Sache, auch wenn man mal abends vielleicht beim Camping die Toiletten besuchen muss. Die Anlagen befinden sich ja meist in Entfernung. Dann kann man das als kleine Leuchte auch optimal mobil bei sich tragen. Ja, das ist ein Dreier-Set nochmal. Ein Dreier-Set für 5 Euro. Ja. Das ist echt der Hammer hier. Von diesen tollen Lampen, die wird mit USB aufgeladen, wenn ich das richtig sehe. Nee, Entschuldigung, Batterien brauchen die. Drei Batterien, Triple A. Und die halten dann natürlich ewig, weil das LEDs sind. Kleinen Zusammenfalt, weil die kann man auch aufhängen. Ja, im Zelt oder so. Gerade im Zelt. In der Zeltmitte ist sehr gut. Und wenn man dann auf die Toilette muss, hängt man es ab und nimmt es mit. Ja, das ist wirklich so geil. Und auf die Toilette kann man es auch ein bisschen zusammenschieben, da hat man ein schummriges Licht. Das ist doch entspannt. Eine romantische Beleuchtung. Ja. Wenn man wieder los muss, zieht man es wieder raus. Sehr gut. Ich finde das super witzig. Also ein tolles System, ne? Hast du noch nie gesehen? Nein, habe ich noch nie gesehen. Finde ich total super. Macht das Spaß. Ja. Stell dir vor, du zuckst sowas aus deiner Tasche und sagst du, taa, schau mal, ich habe hier ein Licht dabei. Auch für den Schrebergarten finde ich das unglaublich niedrig. Wenn man so ein Schrebergarten hat, ein kleines Gartenhäuschen, dann so eine kleine Lampen dort, also die sind da optimal für geeignet. Also unheimlich süß, auch leicht, gutes helles Licht, was wir hier sehen. Zum Aufhängen das Ganze nochmal im Dreier-Set für 5 Euro hier bei Pölte. Das ist hell genug zum Lesen, ne? Würde ich mal sagen. Wie bitte? Das ist hell genug zum Lesen. Ja, doch, doch. Wenn es im Zelt ist, kann man dann noch was lesen. Super hell die Lampe hier. Ja. Kannst du deinem Blättchen mit beleuchten. Das System ist echt gigantisch hier, ne? Dieses, dass man die zusammendrücken kann oder wieder auseinanderziehen kann. Ich finde es super genial. Habe ich noch nie sowas gesehen. Ja. Und es ist super platzsparend, also das ist ein Muss für jeden, der gerne gut ausgestattet ist im Rucksack und alles immer gerne griffbereit hat. Auch für mich. So wie wir unseren Spiegel, unser kleines Spiegelchen, ne? Richtig. Das ist ja ungefähr die gleiche Größe, wenn du es zusammenkleckst. Genau. Da kannst du sogar mitschminken. Das ist ja hell genug, würde ich mal sagen. Die perfekte Ergänzung zum Handtaschenspiegel. Da haben wir es doch. Hier das Dreier-Set gibt es hier mit der Bestellnummer NX2292 und die 5-Sendung. 6,9 für nur 5 Euro. Also ran ans Telefon. Die ist echt klasse. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsprodukt bis jetzt. Und alle guten Dinge sind ja bekanntlich auch 3, ne? Also stellen sie das Dreier-Set für 5 Euro, holen sich die optimale Beleuchtung für draußen und meinetwegen auch für drinnen. Ja, Kinder haben da auch viel Spaß mit, kann ich mir vorstellen, ne? Also tolle Lampen sind das. Ja, ich war auch ganz hin und weg, muss ich sagen. So, haben wir noch ein paar. Die rollen auch, ne? Die rollen auch. Ja, genau. Da ist schon das nächste Produkt. Ja, Jan, das ist richtig los. Ganz toll, Diana. Süß. Oh, oh, wow. Für 5 Euro, ich glaube es ja nicht. Ja, das sind In-Ears, ne? Ja, richtig. Ein In-Ear-Headset-Paar. Das war akkubetrieben, super, super schick jetzt erstmal, aber Kopfhörer für 5 Euro, das muss man sich mal überlegen. Ich glaube sogar mit Freisprechen, ne? Richtig. Damit können Sie nämlich dann auch einfach telefonieren, zum Beispiel beim Autofahren, wenn Sie keine Freisprechanlage haben. Aha. Bekanntermaßen darf man ja das Telefon nicht in die Hand nehmen, während der Fahrt. Oh, nee. Das wird gehandelt. Das ist sogar noch schlimmer geworden. Ja, ja. Beim Fahrradfahren auch nicht, ne? Nee, beim Fahrradfahren auch nicht, das stimmt. Aber es ist ja auch so eine schöne Sache, ne? Also einfach kabellos hier Musik hören zu können, das ist total super. Und mit dem integrierten Mikrofon und das für 5 Euro. Also ich bin jetzt gerade wirklich platt, muss ich echt sagen. Sie haben das gesehen, die haben oben so einen Zipfel drin, damit hält der sich auch in der Ohrmuschel fest. Das heißt, da können Sie auch mal den Kopf mit bewegen, vielleicht Sport machen. Und das ist so ein In-Produkt, ne? Total. Da rät ja jeder mit rum heute. Ja, es ist heutzutage in, so einen Anruf anzunehmen. Also einmal am Kopfhörer zu tippen, so funktionieren die auch. Also einfach nur Tipp, Tipp und dann haben Sie den Anruf angenommen. Sie müssen das Telefon tatsächlich nicht in die Hand nehmen, sondern können das übers Öhrchen bedienen. Super dezent auch, fügt sich schön ins Ohr ein. Also finde ich genial. Das ist immer so irritierend, wenn man Menschen sieht, die dann plötzlich mit jemandem sprechen, aber kein Telefon am Ohr haben. Und man denkt immer, Mensch, sprechen die denn mit sich selber? Das ist Hitze modern. Ja, das ist modern unterwegs. Das ist krass. Und es ist nicht nur zum Telefonieren gut geeignet, auch zum Musikhören. Man macht einen schönen Spaziergang und man kennt es ja noch, diese MP3-Player. Und dann haben die natürlich immer diese Schnüre und das ist irgendwie behindert in einer Form. Und da ist es natürlich sehr, sehr angenehm, wenn man dieses In-Ear-Set hat. Somit kann man dann die Gespräche ganz bequem annehmen. Aber man kann auch angenehme Musik hören, einen schönen Spaziergang machen oder vielleicht leichtes Jogging. Das ist natürlich auch immer gut für die Gesundheit. Also ein ganz, ganz prima, tolles Paar passt in jedes Öhrchen für 5 Euro. Ich muss mich selbst gerade korrigieren. Es sind nämlich Mono-Ohr-Hörer. Ah, genau. Also es ist ein Hörer. Ja. Das reicht ja vollkommen aus. Ich wollte gerade sagen, da wollen wir uns mal nicht bescheren. Das ist auch gerade beim Fahrradfahren super, weil ich natürlich dann den Verkehr auch mitbekomme. Also ich höre, was um mich herum passiert. Aber es ist super, dass man diese Bluetooth-Kopf-Ohrstecker, die kosten ja normalerweise ein Schweinegeld. Jetzt 5 Euro, es ist kein Preisalarm, da können Sie bis zu 5 Mal zuschlagen. Auch wieder ein tolles, tolles Technikgeschenk. Total, total. Und ich finde es immer schön, im Laufe des Jahres immer für diverse Geburtstage einfach mal vorzusorgen. Das ist die 5 Euro schon natürlich ideal. Schöne Schnäppchen zu schlagen, einfach mal was in der Schublade zu haben, sich selber mal auch was zu gönnen. Ich kenne niemanden, der sich nicht darüber freuen würde. Das ist eben. Es ist einfach was Praktisches. Und man sucht ja oftmals nach Inspiration. Boah, was kann ich jetzt dem schenken? Also solche Kopfhauer gehen da definitiv. Die Artikelnummer ist die ZX 1760 und die 569. Und ich glaube, das war es schon wieder mit der Schublade. Ja, wie schnell das war. So schnell und war so schön. Mit sich Zeit war auch für Sie was mit dabei. Also jetzt anrufen und bestellen. Und wenn Sie erst dazu geschaltet haben, schauen Sie doch nochmal unter www.p.tv.